Meine Eltern habe ich nie kennengelernt. Das Einzige, was ich kannte, war Prescott. Eine streng geheime, staatliche Schule, in der aus kleinen Mädchen... ...nicht schlecht... ...Killermaschinen wurden. Victoria Knox, amerikanische Waffenhändlerin. Greif Sie, Bier 83, und bring Sie her. Jemanden verloren? 83, gib uns ein Zeichen, dass du da unten bist. Das war meine Chance zu entkommen. Ich konnte es nicht glauben, die Mission Highschool begann. Nein, erst will ich deine Papiere sehen. Elisabeth! Waskottchen? All meine Recherchen sagen, dass das ganz feinliche Einzelgänger sind. Wer hat dich geschickt? Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Was ist hier los? 85.000 Klicks. Ich bin im Netz. Immer herein, Schnuckelchen. Wie haben Sie mich gefunden? YouTube. Wir haben eigentlich viel gemeinsam. Nur bin ich deine Psychopathin. Das wirst du noch. Weißt du, was ich mache? Ich werde der Wahrheit direkt auf den Grund gehen. Serum. Ist das ihr Ernst? Das funktioniert doch nie. Wenn du meinst, finden wir raus, ob du recht hast.